Liebe Brandenburger, wir brauchen Ihre Unterstützung. Seit Jahrzehnten versorgen mehrere Kinderkliniken mit ihren Perinatalzentren Hochrisikofrühgeborene. Die Ergebnisqualität ist nachweislich hervorragend. In Zukunft drohen neue gesetzliche Rahmenbedingungen durch eine Erhöhung der Mindestmenge, die pro Jahr in Frühgeborenen behandelt werden sollen, diese Versorgungsstruktur zu gefährden. Konkret bedeutet dies, dass dann Schwangere, aber auch frisch geborene Hochrisikofrühgeborene transportiert werden müssten und das zum Teil in weit entfernte Kliniken, weil auch dort dann oft Kapazitätsprobleme bestehen würden. Im Einzelfall wären das Entfernungen von weit über 100 Kilometer, die die Kinder transportiert werden müssten und im weiteren Verlauf auch die Eltern zum täglichen Besuch ihrer Frühgeborenen diese Strecken absolvieren müssten. Mit nur wenigen Klicks können Sie helfen, dass die Petition erfolgreich in den Deutschen Bundestag eingebracht wird und damit eine Chance besteht, dass die Hochrisikofrühgeborenen auch weiterhin flächendeckend und wohnortnah betreut werden können. Lieben Dank. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle